wird erledigt. Ich kann nicht schneller gehen. Ich konnte das einfach so aufsammeln, ohne dass was passiert. Ich kann nicht schneller gehen. Das ist die Frage, was ist hier? Was ist hier? Also ja, hier ist meine RB. Weil hier sehe ich jetzt nirgendwo mehr was. Das heißt, ich kann auch das hier mir angucken. Natürlich. Und dann zum Elfenposten gehen. Natürlich. Ach, ein Brigantenlager. Ich kann nicht schneller gehen. Nein! Ab dann, könnten wir nur ohne solche Abenteurer Tiefe in den Wald gehen. Du bist gut gerüstet. Du hast... Ja, nichts. Auf zum Sieg. Ja. So, ihr kriegt jetzt die Rächerstandarte. Natürlich. Was? Schon erledigt. Ah ja, und wir können auch noch das Gold hier einsammeln. Wird erledigt. Ja. Wird erledigt. Ja, kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Natürlich. Wird erledigt. So, wo geht ihr jetzt hin? Ist die gute Frage. Ich kann nicht schneller gehen. Wird erledigt. Also, ja, schicken wir mal unsere Leute bis auf einen Trupp. Dass wir sehen können, wohin die verschwinden. Ob die einfach über dem Bildschirmrand verschwinden. Truppen nochmal stärken. Wie viel kostet das jetzt? Zwei... Zwanzigtausend. Okay. Äh... Hier will ich rein. Talion, Herrin! Wie froh ich bin, euch lebendig und bei bester Gesundheit zu sehen. Ich bedauere aufrichtig, was euch widerfahren ist. Aber ihr müsst bitte verstehen, der Kaiser war in Gefahr. Und ihr, als ein loyaler Paladin, musstet sein Leben retten. Ich verstehe und hege keinen Groll gegen die Menschen. Ich mache in erster Linie den schwarzen Hexer und unsere eigene Dummheit verantwortlich. Hinterlistiger schwarzer Hexer! In Wahrheit hat er diesen Krieg begonnen. Wie konnten wir so blind sein? Wenn ich recht habe, und er derjenige ist, den seine Diener Meister nennen, hat er mehr als nur Elfen gegen das Kaiserreich aufgebracht. Wir haben sowohl unter den Orks als auch unter den Menschenverräter entdeckt. Was für eine Kreatur ist das! Sie erschien aus dem Nichts, aber ihre Macht war so groß. Wir wurden von seinen honigsüßen Worten und seinen magischen Kräften verführt. Konnten wir wissen, dass er uns mit ihnen blenden würde? Kein Sterblicher hätte uns ungestraft so lange belügen können. Wie durch ein Wunder konnte ich fliehen, als ich zu seiner Zitadelle gebracht werden sollte. Die Wächter vertrauten der Stärke der Schlösser, wussten jedoch nicht, mit wem sie es zu tun haben. Und doch... Lasst uns später weiterreden. Suchen wir zuerst den Weg zum Turm auf der anderen Seite des Abgrundes. In der Hauptstadt seid ihr sicher. Wir müssen vorsichtig sein. Möglicherweise durchkämmen Leichentrupps die Gegend. Okay. Also wir haben Talion. In unserer Armee jetzt. Wird erledigt. Ja und müssen wieder zum Turm. Der Weg in die Hauptstadt führt über den magischen Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist möglich, dass Trupps von Leichenglied und Gehbuch durchkämmen. Wird erledigt. Mhm. So, während die sich da lang bewegen. Können wir mal gucken, was passiert, wenn die Bauern das Gebiet verlassen. Na, kenne ich. Seht, Elfenspuren. Einer unserer Spättrupps ist hier entlang gekommen. Wenn wir uns beeilen, treffen wir sie vielleicht in der Nähe des Berges. Mhm. Okay, dann treffen wir uns wahrscheinlich alle an der Hauptstraße. Ich kann nicht schneller gehen. Wird erledigt. Doch, da der Elfenkönigin Throner benahm im Konflikt zwischen Elfen und Menschen eine neutrale Position ein, da sie nicht an der Vernichtung der Menschen und der Zerstörung der Bait beteiligt sein wollte. Eine der mächtigsten Magierinnen der grünen Magie. Beherrscht aber nur blaue Magie. Hey. Wie witzig. Oh, dunkle Truppen. Natürlich. Also ja, hauptsächlich schwarze Krieger und ein paar Skelette. Oh, die laufen zur Seite. Sag bloß, ich muss Talion da hinbringen. Also ja, marschieren wir mal. Ich kann nicht schneller gehen. Die Untoten dort haben wir abschütteln können, weil die gehen einfach hier den Feldweg lang. Vielleicht kommen sie nochmal zurück, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir gefasst auf sie sein. Und ja, wir gehen über die Brücke und biegen hier hoch ab und gehen zum Turm direkt. Keine komischen Scharmützel. So, jetzt haben wir auch ein paar Elfenkrieger wieder. Antreten. Ja, und die Sache bei den Elfeneinheiten ist, die kann man nicht aufwerten. Also. Wir erwarten unsere Anweisungen. Krieger und Bogenschützen sind das Ende der Elfen. Wird erledigt. Also der Elfischen Technologie. Wird erledigt. Oh, da sind ja unsere Untoten. Jederzeit gerne bereit. Natürlich. Natürlich. Keine Ahnung, was unsere letzte Schützen-Turm da hinten getrieben haben. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir gehen den Weg hier hoch zum Turm. Natürlich. Ich kann nicht schneller gehen. Wir sammeln uns aber erst einmal vor der Brücke. Natürlich. Jetzt überqueren wir die Brücke. Oh, ich kann nicht schneller gehen. Oder auch nicht, weil wir Besuch kriegen. Die Brücke glitscht ein bisschen. Äh, ja. Das wollte ich eigentlich. Wird erledigt. So. Wir sind bereit. Eigentlich sollten die Elfen jetzt dann aufsteigen. Natürlich. Natürlich. Oh, da muss ich erst warten, bis sie stehen. Ja. Natürlich. Das war auch das Problem wohl mit meinen Palatinen. Natürlich. Vorhin. Natürlich. Natürlich. Ich kann nicht schneller gehen. Dann gehen wir einfach hier rum. Weil die Stadt, die wird auch mittlerweile schon brennen und tot sein. Ja. Ach, noch eine Patrouille. Ich kann nicht schneller gehen. Ja. 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 Wir sind bereit. Also Zielsicherheit ist was anderes teilweise. Ich kann nicht schneller gehen. So. Ich kann nicht schneller gehen. Oh, noch eine. Habt ihr den Bären getötet? Nee, der Bär steht noch da rum. Natürlich. Auge nach rechts. Wird erledigt. Wird erledigt. Und ja, ich weiß, es ist gemein, aber machen wir noch den, schalten wir noch den Bären hier aus. Ich kann nicht schneller gehen. Ja. Ja. Und dann Tagia zum Turm und alles ist gut. Ich kann nicht schneller gehen. Wird erledigt. Oder am besten alle Einheiten zum Turm. Jetzt sind wir in Sicherheit. Ich würde mich glücklich schätzen, Prinzessin, wenn ich euch zu Diensten sein könnte. Ich bin allen dankbar, die mich in einem schweren Augenblick nicht aufgegeben haben. Ich lebe, aber was wichtiger ist, ich konnte den schwarzen Hexer belauschen, als er das Artefakt der Zwerge sprach. Das Artefakt der Zwerge. Die Zwerge verschwanden vor langer Zeit, aber die Reste ihrer Zivilisation flößen sogar heute noch Ehrfurcht ein. Entschuldigt, dass ich euch unterbrochen habe, aber all das ist so faszinierend. Nun denn, der schwarze Hexer prallte, dass seine schwarze Magie so mächtig sei, dass nichts außer dem Zauberstab der Herrschaft ihr widerstehen könne. Der Zauberstab der Herrschaft. Ein uraltes Artefakt der Zwerge. Habt Dank für die wertvolle Information. Ich schätze, ich weiß, wo ich mit der Suche beginne. Wir werden die Waffe in unseren Besitz bringen, um die Welt zu retten. Ja, mal sehen. Fortsetzen. Ja, Handel mit den Goblins. Die Goblinberge nahe dem großen Riss. Talion hat uns schon jetzt paar Informationen mitgebracht. Der schwarze Hexer kann möglicherweise mithilfe des Zauberstabs der Herrschaft, einem antiken Artefakt der Zwerge, vernichtet werden. Und wie jeder weiß, haben nur die Goblins das Wissen über die Zwerge bewahrt. Liedig. Zwerge. Flieza. Vielen Dank.